Der Herbst hat noch immer Rückendeckung vom Tiefdruckeinfluss. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei Wetter.net. Wir schauen nun einmal auf den Luftdruckfilm und da können wir schon erkennen, dass Tiefdruckgebiete bei uns noch immer den Ton angeben. Zunehmend wird aber dieses Hochdruckgebiet hier über dem Nordwesten Europas versuchen, seinen Einfluss bei uns auszubauen. Davon merken wir im Moment allerdings noch wenig. Heute Nacht sind viele Wolken unterwegs, die immer mal wieder Regenschauer abladen. Auch Gewitter können vor allem im Norden mit dabei sein. Dazwischen wird es auch längere trockene Abschnitte geben und vor allem stellenweise auch Auflockerungen. Da können wir dann mal die Sterne sehen. Im Süden, in den Alpen, da kommen dann tatsächlich auch Schneeflocken auf uns zu, allerdings erst ab 1600 bis 1400 Metern. Die Temperaturen gehen dazu an den Küsten stellenweise nur auf 12 Grad zurück, im Alpenvorland bis auf 3 Grad. Morgen, da müssen wir uns erneut auf reichlich Schauer einstellen und auch hier können Blitz und Donner nochmal mit dabei sein. Schneeflocken auch wieder in den Alpen. Dazwischen gibt es auch trockene Abschnitte. Selten kommen dann auch mal die Sonnenstrahlen zum Vorschein. Die Temperaturen erreichen dazu im Alpenvorland 7 Grad, verbreitet erwärmt es sich auf 11 bis 18 Grad. Auch am Sonntag, da lohnt es sich stellenweise schon die dicke Jacke aus dem Schrank zu nehmen, denn besonders in den östlichen Mittelgebirgen wird es frisch bleiben, hier teilweise maximal nur 8 Grad. Verbreitet werden die Werte dann zwischen 11 und 16 Grad erreichen. Dazu sind erneut einige Regenschauer unterwegs, auch wieder Gewittergefahr mit dabei und teilweise gehen die Schauer vor allem in der Mitte des Landes auch in anhaltenden Regen über. Häufiger trocken wird es im Südwesten bleiben, allerdings sind hier dichte Wolken unterwegs, die es der Sonne sehr schwer machen. Und wir müssen uns nicht nur auf herbstliche Regenschauer einstellen, sondern auch auf einen herbstlichen Wind, der kann in Böen stürmisch sein, teilweise sind sogar Sturmböen mit dabei. Am Montag, auch da geht es häufig grau weiter, erneut mit Regenschauern, vor allem im Norden, aber auch im Osten, da können dann auch Gewitter mit dabei sein, sonst auch längere Zeit mal trocken und vor allem im Südwesten, da bekommt die Sonne auch die ein oder andere Chance. Und das bei Temperaturen zwischen 11 und 18 Grad. Am Dienstag, da geht es dann mit Werten zwischen 10 und 18 Grad weiter und dazu hat die Sonne immer bessere Karten. Da kann sie sich vor allem im Westen immer mal wieder behaupten, allerdings sind auch hier gebietsweise dichte Wolken unterwegs, die es der Sonne ganz schön schwer machen werden. Im Osten, da sind vor allem Regenschauer und teilweise auch etwas anhaltender Regen unterwegs, vor allem ab dem Nachmittag, dann auch im Südosten. Wir schauen nun noch einmal auf die Ensemble-Vorhersage vom GFS-Modell, hier für die 2-Meter-Temperaturen in Sachsen. Und da sehen wir in den kommenden Tagen, da kommen die Temperaturen kaum mehr Richtung 15-Grad-Marke voran. Allerdings, wenn wir auf die längerfristigen Aussichten schauen, da sehen wir, dass die Temperaturen langsam wieder etwas nach oben klettern. Und dort verliert dann der Herbst so langsam aber sicher die Rückendeckung des Tiefdruckeinflusses, denn da macht sich dann der Hochdruckeinfluss bemerkbar bei uns. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne den Daumen nach oben. Klickt auch noch auf Abonnieren, damit ihr richtig gut rund um das Thema Wetter informiert seid. Habt einen wunderschönen Abend. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei wetter.net.